Ein Strickzeug weg, Papa, setz dich hin. Kinder, hier ist gleich was los, denn der Spaß beginnt. Die zwei Rabentricks und Trucks sind total gut drauf. Hier kommt ihre Riesenshow, alle sagen Wow! Unser Flimmerkasten lebt mit der ProSieben-Trick-Filmshow. Guten Tag, mein Rabenschnutzi. Die will was, was hat sie denn? Ich will auf dem roten Sofa mit einer roten Mütze in die rote Kiste schauen. Wunderbar, dazu gibt's feuerrote Weihnachtsplätzchen und wir trinken Rotwein. Nein, nein, doch lieber kein Rotwein, sonst werden wir noch Alkoholiker. Wir brauchen keinen Alkohol, wir sind auch sonst gut drauf. Aber natürlich, wir sind ja auch moderne Jungraben. Komm, mein stolzer Adler. Von den sonstigen Drogen ganz zu schweigen, das ist nur was für die Ewiggestrigen. Oder für skrupellose Geschäfte-Macher. Waffen- und Drogenhändler sind mir ein Graus. Da bin ich lieber ein Händler der Trickfilme. Die sind bunt und machen froh, da, die Comic-Stars. Michael braucht unsere Hilfe. Ein Joel? Was soll daran so toll sein? Lüge! Ja, ich kalt. Mach schon, was ist denn dabei, tu? Oh, ich kann es gar nicht glauben. Dein Leben steht auf dem Spiel, Michael. Hilfe! Ja, wo bleiben Sie denn? Ganz ruhig, ganz ruhig. Der kleine Wächter heißt Widget. Komm aus den Welten aus. Widget, Widget. Der kleine Wächter heißt Widget. Es geht los. Trödel nicht so rum, es geht los, es geht los. Nun, hab dich nicht so, ich bin doch schon längst da. Mehr, ich will mehr! Mehr, mehr, du hast mich heute schon genug geknuddelt. Und ich will mehr, immer mehr, noch mehr. Mehr, du hast mich heute schon genug gekn Encnapp. Warn, witzig, witzig!